Gestresste Nadel im TK Max erwischt. Sie kaufte großen Koffer. Nadja ABDL-Farag steht offenbar kurz vor dem Umzug in eine neue Wohnung. Nun wurde ein Foto veröffentlicht, das die 58-Jährige beim Kofferkauf zeigt. Hamburg mit dem neuen Koffer in ein neues Leben? Nadja ABDL-Farag, 58, bereitet sich offenbar auf ihren Umzug vor. Die BILD-Zeitung hat ein Foto der Bohlen-Ex veröffentlicht, das sie beim Einkauf im Hamburger Schnäppchen-Paradies TK Max zeigt. Geschossen von einer Leserin. Sie sei dabei gewesen, sich einen großen Koffer zu kaufen und habe, hektisch und gestresst, gewirkt, zitiert die Zeitung. Wie die BILD weiter berichtet, steht die 58-Jährige kurz vor dem Umzug in eine neue Wohnung und ist dabei auszusortieren und zu packen. Ihr langjähriger Bekannter Andreas Ellermann, 58, Partner von Patricia Blanco, 52, soll, Nadel, bei der Wohnungssuche helfen und ihr mit seiner Stiftung unter die Arme greifen. Keinen Cent. Bohlen-Ex-Nadel spricht offen über Geldsorgen. In Andreas' Talk-Sendung, Ellermanns Welt, sprach Nadja ABDL-Farag kürzlich auch selbst offen über ihre Geldsorgen. Sie gab zu, unter anderem von ihren Eltern finanziell unterstützt zu werden. Ihr Problem mit dem Geld, wenn ich welches im Portemonnaie habe, haue ich es raus. Auch wenn ich weiß, es ist nichts mehr auf dem Konto. Solange was auf dem Konto drauf ist, genieße ich es. Leiden kann ich ja später immer noch. Angefangen hätten die finanziellen Probleme nach der Beziehung zu Pop-Titan Dieter Bohlen, 69. Ich war 11,5 Jahre mit Dieter zusammen. Ich habe den ganzen Haushalt geschmissen, erklärt, Nadel, auch für ihre Tätigkeit als Sängerin in Bohlens, Blue-System, Projekt habe ABDL-Farag kein Geld. Bekommen, er sei der Ansicht gewesen, dass sie durch ihn genug Geld verdient habe. Nach der Trennung dann der Schreck. Als ich auszog, gab es keinen Cent.